AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH KAUF ZUS FREIEN! Moin, wir sind in einem neuen Mario Hack gefangen. Dieser Mario Hack nennt sich, ich guck mal in die Liste, QLDC 2. Ja. Das reicht. Baby, don't hurt me. Mal sehen, wie es wird. Der letzte Rätsel-Hack, der war ja irgendwie... Der war nix. Das ist alles so unausgegoren. Das hasse ich ja immer dabei. Wenn du so eine Rätsel-Mechanik hast... Go left. A-A. Oida! Scheiße. Und jetzt? Äh. Ja. Ich hab meine Lektion, glaub ich, jetzt gelernt. Das ist schon lustig. Ja. Special! Mario. Mario macht auch einen Mammutmarsch jetzt hier. Ah. Das ist frech. Dass sie mich jetzt hier einfach hier so... Ne. Ich finde, das gehört sie nicht. Zack. Item Babysitting. Oh, nein! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Jetzt im Ernst? Das spiel ich nicht. Oh, Leute. Oh, Leute. Ich weiß auch nicht, die Leute immer so... Ja, Yoshi ist ein guter Spiel. Aber... Aber mir geht eigentlich. Das... Ich meine, ja... Casual durchspielen, eine Sache, ganz witzig, ne? Aber... Hör mal. Oh... Ja. Es ist einfach... Ich weiß auch nicht, ob ich mir mit dem Questionable Level Design Contest echt einen Gefallen getan habe, weil... Dann hab ich mal Zeit, was Cooles zu machen. Und dann häng ich hier bei sowas fest. Es ist alles Zeit, wo ich hätte Baldur's Gate 3 spielen können. Nur, was ich mir auch gesagt habe. Ich weiß, das interessiert außer mir kaum jemanden, aber... Ist ja egal. Das ist Sinn, nix. Ich verstehe, was sie wollen. Aber ich will nicht, dass das Kind die ganze Zeit freit. Meine beste Freundin hat Schreikinder. Zwei Stück. Zwillinge. Die schreien die ganze Zeit. Karl und Hermann. Was ist denn das? Wieso denn Schaden? Ich kann doch durch so einen Blitz da durch. So, jetzt könnte ich so Mario. Oh. Muss ich den überhaupt mitnehmen? Ich meine, was passiert... Was passiert denn, wenn wir das nicht machen? Oh nein! Oh nein! Aber zumindest nehmen wir keinen Schaden. Wieso kann ich denn mit Yoshi nicht auf irgendwas abbouncen? Hau ab jetzt! Du stresst das Kind. Stell dir vor, du hast ein Kind. Was ist jetzt passiert? Wieso darf ich das Kind da nicht hinschmeißen? Oh nein! Dann machen wir das so. Ah! Ich weiß überall, was sich dabei gedacht wurde. Aber ich bin nicht so Fan. Ich bin echt nicht Fan. Aufzuschreien! So, da warten wir mal, dass das Vieh weg ist. Nein! Red dich um, Yoshi! Da kommen wir auch nicht lang. Nein! So, aber ich habe einen Energiepunkt verloren. Kann ich das nicht... Warte, warte, warte. Idee. So, ich lager das Kind eben drüben. Ignorier das dann hier so schreit! Und jetzt gehen wir rüber. So. Kind kurz ausspucken, sonst wird es gefressen. Was ist jetzt los? Hallo? Hä? Das ist tatsächlich clever. Aber es ist halt auch knifflig, ne? Was ist hier denn eigentlich oben los? Ist das hier Lobotomie Yoshi oder was? Genau das da. Was soll das denn? Ah! Was seid ihr denn für Viecher eigentlich? Haben die eigentlich irgendwann mal einen Namen gekriegt bei Yoshi? Haben die wirklich keinen Namen? Die Uwes. Ah, okay. Ich kann die nicht töten. Und ich glaube, wenn die den Mario kriegen, dann ist es vorbei. Oder? Ne. Ah, die bewegen sich nur, wenn ich Mario gefressen habe. Ach, okay. Prinzipiell wie der Schlüssel in Mario Brothers 2. Oh, wieso ist der nochmal da? Hm. Nein. Aber warum kommt der schon wieder? Ah. Ah. Ne, drei davon. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Ah. Kommt doch. Kommt doch, lass mich doch in Ruhe, Jungs. Lass mich doch alle einmal mal in Ruhe. Das ist einfach so frech. Ne, warte. Okay, jetzt muss ich den dagegen bouncen. Aber dann stirbt der doch. Ich akzeptiere den Softlock nicht. So, geh mal her, so ein Dinosaurier hier. Nein, falsche Richtung. Falsche Richtung. Ein richtiger Mitty hier. Bang. Oh. Nur weil du was machen kannst, heißt das nicht, dass du was machen solltest. So. Und jetzt komme ich hier durch. Ja. Level ge... Määäää. Kennst du das, wenn du denkst, du hast ein Level geschafft, freust dich schon, hast schon einen inneren Step-Tanz gerade aufgeführt und dann ist halt nur... Und dann ist halt nur mit Waypoint... Das ist er... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja 11 von 10 schlimm hier. Oh, warte, warte. Kann ich dem das Kind noch in die Birne jagen? Mal gucken. Wäre natürlich eine Idee. Ich versuch's. Ah ne, da stirbt das Kind. Ha! Zwei von drei, hoffentlich. Was ist das? Na! Der frisst das Kind. Ich erkenne die Idee als solche an. Aber das ist einfach nur ein Müll-Hack. Das ist einfach nur Scheiße. Von oben bis unten hier. Müll, du bist schwer. Schwer. Nimm doch... Dieses Timing da ist auch so schrecklich. Ja! 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 Ja, Leute! Ja, okay! Ich darf jetzt oben lang. Ne, darf ich nicht. Ich dürfte hier einmal wieder zurück, so. Ich meine, ja. Das mit der Reise hier, ne? Unironisch lustig. Fand ich gut. Das fand ich wild. Okay, jetzt soll ich nicht mal hier nach oben. Oh, Lef, was ist hier drin? Hallo? Ja. Haha. Ah! 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 Ah!